Brad Pitt und Angelina Jolie waren zwölf Jahre lang das Vorzeigepaar in Hollywood. Zumindest bis 2016, als Jolie die Scheidung von Ehemann Pitt einreichte. Seitdem kracht es zwischen den beiden gehörig und die Schauspieler sorgen mit ihrem Rosenkrieg immer wieder für Schlagzeilen. Pitt behauptet, Jolie versuche die Öffentlichkeit zu manipulieren und auf ihre Seite zu ziehen. So auch im neuesten Streit der beiden Stars. Angelina Jolie wirft ihrem ehemaligen Partner vor, keinerlei Unterhalt für ihre sechs Kinder zu leisten. Hitts Anwalt reagiert prompt und weist die Anschuldigung zurück. In einem Statement teilte dieser dem Magazin People mit. Hitt hätte seiner Ehefrau bereits 1,3 Millionen Dollar gezahlt und weitere 8 Millionen für das neue Luxushaus geliehen.